Hello und willkommen zur Bewertung von Fremdwährungsverbindlichkeiten und ich würde vorschlagen, wir legen direkt damit los. Zuerst einmal, wir müssen klären, wie entstehen Fremdwährungsverbindlichkeiten und worum geht es dabei. Das hier ist unser deutsches Unternehmen und das hier ist ein Lieferer aus dem Ausland, in diesem Fall der Schweiz. Und jetzt passiert eigentlich nur folgendes, wir bestellen etwas aus dem Ausland, in diesem Fall Fremdbauteile und bekommen dann natürlich die Lieferung und eine Rechnung und zwar nicht in Euro, sondern der Betrag ist angegeben in Schweizer Franken, deshalb Fremdwährungsverbindlichkeiten. So und jetzt passiert folgendes, wir haben jetzt eine ausstehende Verbindlichkeit in Schweizer Franken angegeben, also CHF für Schweizer Franken und jetzt ist es aber so, beim Jahresabschluss in der Bilanz muss ich diese Verbindlichkeit natürlich in Euro angeben. Das heißt, die müssen Euro ausgewiesen werden, ich kann da nicht reinschreiben, wir haben einen Teil Verbindlichkeiten in Schweizer Franken, also muss ich irgendwie umrechnen zum aktuellen Währungskurs oder eben zum Währungskurs beim Kauf. Und genau das müssen wir herausfinden, da gibt es ein paar Unterschiede, wann ich welches System anwende und das schauen wir uns an. Ganz wichtig ist jetzt direkt zu Beginn zu erwähnen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten bei den Fremdwährungsverbindlichkeiten. Achtet hier mal auf die Überschrift, wir nehmen jetzt erstmal Variante 1, die Restlaufzeit von unserer Verbindlichkeit, wenn diese größer ist als ein Jahr, dann gehe ich anders vor, wie wenn die Restlaufzeit kleiner als ein Jahr ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist mehr als ein Jahr Restlaufzeit, dann läuft das wie folgt. Wir haben jetzt folgende Situation, zur Finanzierung von diesen Fremdbauteilen, die haben einen Wert von 80.000 Schweizer Franken. Nehmen wir ein Liefererdarlehen mit einer Laufzeit von 18 Monaten in Anspruch. Also 18 Monate, die Laufzeit ist länger als ein Jahr. Dann habe ich zwei Kurse angegeben. Ich habe einmal den Kurs bei Vertragsabschluss, das ist der Anschaffungskurs. Das heißt, als ich diese Fremdbauteile bestellt bzw. gekauft habe, lag der Kurs bei 1,30 Schweizer Franken pro Euro. Oder ich habe noch einen zweiten Kurs, nämlich den, wenn ich die Bilanz erstelle am Geschäftsjahresende, das nennt sich Devisenkassamittelkurs. Das ist der Kurs am Geschäftsjahresende bzw. 31.12. und da liegt nun der Kurs bei 1,40 Schweizer Franken pro 1 Euro. Und jetzt muss ich natürlich entscheiden, welchen dieser beiden Kurse nehme ich, um meine Verbindlichkeit umzurechnen und dann in der Bilanz anzugeben. Wir berechnen jetzt erstmal beide. Also, ich habe einmal die Berechnung bei der Anschaffung. Ich habe 80.000 Euro, äh nicht 80.000 Euro, 80.000 Schweizer Franken stand auf dieser Rechnung. Das bedeutet, 80.000 Schweizer Franken geteilt durch 1,30 Schweizer Franken pro Euro, dann bekomme ich Euro raus. Das heißt, das entspricht einem Eurobetrag bei einem Kurs von 1,30 von 61.538 Euro und 46 Cent. Das ist mein Betrag in Euro, den ich hätte bringen müssen beim Kauf. Und jetzt läuft das Geschäftsjahr weiter bis Jahresende, also bis Geschäftsjahresende und jetzt habe ich den Kurs von 1,40. Also rechne ich hier nochmal den Berechnung mit Kurs am Geschäftsjahresende. Dann komme ich auf 80.000 geteilt durch 1,40 und erhalte einen Betrag von in Anführungszeichen nur noch 57.142,86 Euro. Und jetzt muss ich mich entscheiden, welchen von beiden Werten trage ich in meine Bilanz ein bei den Verbindlichkeiten. Und da schauen wir jetzt drauf, da gibt es eine klare Regel und eine klare Vorgabe. So, hier nochmal die Übersicht. Einmal bei der Anschaffung 61.000 und so weiter, bei der Berechnung mit dem Kurs am Jahresende 57.000. Wenn ich jetzt auf meine Bilanz schaue, dann habe ich Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Fremdkapital. Und beim Fremdkapital habe ich eben meine Verbindlichkeiten. Und die muss ich ja angeben bei meiner Schlussbilanz. Jetzt muss ich mir überlegen, welchen Wert trage ich jetzt dort ein. Und da gilt, bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, diesen Fall haben wir, gilt das Anschaffungskostenprinzip und das Realisationsprinzip. Das bedeutet, Anschaffungskostenprinzip bedeutet, ich darf nicht höher werten als die Anschaffungskosten. Und Realisationsprinzip bedeutet, ich darf keine Gewinne ausweisen, wenn ich sie noch nicht realisiert habe. Das heißt, wenn wir mal oben drauf schauen, bei den beiden Beträgen, wenn ich jetzt den 57.000 Betrag nehme, also ich nehme jetzt den Betrag rechts mit 57.000, dann würde ich knapp 4.000 Euro einsparen, also einen Währungsgewinn ausweisen. Und das genau darf ich nicht, weil der Kurs könnte sich ja auch wieder ändern, bis ich die Verbindlichkeiten wieder zurückzahle. Denn generell gilt bei Verbindlichkeiten immer den höchsten Wert nehmen. Das heißt, ich gehe hier voll mit dem Wert von 61.538 Euro und 46 Cent. Ich nehme immer den Worst Case, das heißt, ich setze die Verbindlichkeiten nach dem Höchstwertprinzip immer hoch an, so hoch wie möglich. Also in diesem Fall den in Anführungszeichen teureren Kurs für uns. Das heißt, ich trage Verbindlichkeiten ein in Höhe von 61.538 Euro und 46 Cent und halte dann fest, der Wert der Fremdwährungsverbindlichkeit zum Bilanzstichtag, also am Geschäftsjahr als Ende, liegt bei 61.538 Euro und 46 Cent. Einfach nur, damit der Gläubige oder wer auch immer meine Bilanz anschaut, weiß, okay, das ist der Höchstwert. Hier wurde nicht getrickst und der niedrigere Wert genommen. Dann noch der andere Fall. Bei einer Restlaufzeit von ein Jahr oder weniger läuft das etwas anders. Wir nehmen nochmal den gleichen Fall. Das hier ist alles gleich. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Wir haben jetzt eine Laufzeit von dem Darlehen von nur 9 Monaten und nicht mehr 18 Monate. Das heißt, wir gehen jetzt unter ein Jahr. Und jetzt passiert nämlich folgendes. Jetzt interessiert uns der Anschaffungskurs nicht. Es geht immer nur nach dem Stichtag, also nach dem Kurs am Jahresende bzw. am Geschäftsjahresende, sprich der Devisenkassamittelkurs. Immer wenn die Laufzeit ein Jahr oder weniger beträgt, nehmt ihr immer den Devisenkassamittelkurs. Das heißt, ich bräuchte eigentlich die Rechnung vom Anschaffungskurs gar nicht. Für die Bewertung in der Schlussbilanz bedeutet das nun folgendes. Berechnung bei der Anschaffung ist überhaupt nicht relevant, lassen wir direkt durchgestrichen. Wir nehmen sofort den Kurs am Geschäftsjahresende, sprich wir rechnen sofort mit den 1,40 Schweizer Franken pro 1 Euro. Das heißt, auf meine Bilanz wirkt sich das wie folgt aus. Ich trage direkt ein, in diesem Fall, die 57.142,86 Euro. Denn bei einer Restlaufzeit von ein Jahr oder weniger gilt eben das Anschaffungsprinzip und das Realisationsprinzip nicht. Es wird immer mit dem Tageskurs bewertet, also immer den Devisenkassamittelkurs nehmen. Und in diesem Fall habe ich jetzt sogar einen Währungsgewinn, denn ich kann jetzt nämlich sagen, der Wert der Fremdwährungsverbindlichkeit zum Bilanzstichtag liegt bei 57.142,86 Euro. Wenn ich die Differenz davon nehme, dann heißt das, in diesem Fall habe ich einen Währungsgewinn von 4.395,60 Euro. Einfach, weil jetzt meine Gesamtverbindlichkeit um diesen Betrag sich reduziert hat. Und das war's. Das ist der ganze Trick. Das heißt, achtet mir bitte darauf, ist die Laufzeit länger als ein Jahr, dann müsst ihr beides berechnen und schauen, wo habe ich die höhere Verbindlichkeit und ist die Restlaufzeit von eurem Darlehen ein Jahr oder weniger. Dann könnt ihr sofort den Devisenkassamittelkurs nehmen. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich nehme immer gerne Feedback in den Kommentaren, falls ihr Lob oder Kritik habt. Und ansonsten wünsche ich wie immer viel, viel Erfolg beim Lernen.